Hallo Freunde, es tut mir leid, dass jetzt am Sonntag kein Video kam. Der Grund liegt einfach daran, dass mein PC rumspinnt. Ich muss ihn erst platt machen. Ich versuche jetzt den Vlog endlich fertig zu bekommen, diesen dann hochzuladen und dann muss ich mein PC platt machen, denn sobald er irgendwas zu tun hat, stürzt einfach alles ab. Es geht kein Internet mehr, es geht nichts mehr. Wenn der PC hochgefahren ist und er im Hintergrund nichts mehr, also den Arbeitsspeicher nicht belasten muss, funktioniert alles. Aber ich habe die Befürchtung, dass einer der RAM-Slots abgeraucht ist und dementsprechend muss ich jetzt erst mal gucken, was hier passiert ist. Seid mir nicht böse, wenn ich es vielleicht doch nicht schaffe, den Vlog hochladen zu können. Fettes, fettes, sorry dafür, aber nächsten Sonntag sollte auf jeden Fall wieder ein Video kommen. Sorry und Dankeschön fürs Verständnis.